Die Bergpredigt Teil 57 Guten Morgen, liebe Sorgen Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, Vers 25 Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Guten Morgen, liebe Sorgen Wer von uns ist nicht schon mit den vielfältigen Herausforderungen des Lebens vor Augen aufgewacht? Nur allzu oft kommt es vor, dass wir uns den Kopf darüber zerbrechen, was wohl noch alles werden soll. Jesus sagt zu den Jüngern, seid nicht besorgt für euer Leben. Dabei meint er das ängstliche Sorgen und nicht das verantwortungsvolle Planen. Jesus ruft ja nicht zu Gleichgültigkeit und Faulheit auf. Gott hat uns Menschen als vorausdenkende Geschöpfe geschaffen und diese Gabe dürfen wir nutzen. Sie kann uns aber auch zur Gefahr werden, dass wir auf einmal nur noch Berge vor uns sehen. Jesus möchte, dass wir in den alltäglichen Dingen auf Gott vertrauen lernen. Wenn in den vorausgehenden Versen vom Schätze sammeln die Rede war, dann wird der Schwerpunkt nun mit dem Sorgen nur unwesentlich verlagert. In beiden Fällen kommt nämlich deutlich zum Ausdruck, woran unser Herz hängt. Am irdischen oder am himmlischen. Wer Schätze sammelt und auch derjenige, der sich sorgt, verhält sich so, als ob sich Gott nicht um ihn kümmern würde. Seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Jesus greift mit der Nahrung und mit der Kleidung die Grundbedürfnisse irdischen Lebens auf. Ohne Essen und ohne Wärme kann der Mensch nicht überleben. Und genau darum sollen wir uns nicht sorgen. Ist es so einfach, wenn der Vorrat vor der Ernte zur Neige geht? Wenn die Dürre die Flüsse und Brunnen austrocknen lässt? Wenn das Notwendige fehlt, um zerrissene Kleider zu ersetzen? Der Wohlstand ist sich dessen vielleicht kaum mehr bewusst, aber das sind ganz existenzielle Sorgen. Doch selbst da, wo es ums Überleben geht, rät uns der Herr Jesus, sich nicht auf die eigene, sondern auf die göttliche Vorsorge zu verlassen, mit der sich der himmlische Vater liebevoll um seine Kinder kümmert. Es gibt nämlich noch Wichtigeres. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? fragt uns Jesus. Es ist falsch, wenn die täglichen Notwendigkeiten für Gläubige zur Hauptsache werden. Das wahre Leben besteht aus mehr als aus Nahrung und Kleidung. Noch wichtiger als diese Dinge, die unser Leben erhalten, sind jene Dinge, die unser Leben ans Ziel bringen. Und das sind die himmlischen Schätze, von denen Jesus gerade gesprochen hat, die nicht vergänglich sind, die uns niemand nehmen kann. Der vor uns liegende Abschnitt von den Versen 25 bis 34 ist eine Aufforderung, die Prioritäten richtig zu setzen und die Liebe und Fürsorge Gottes nicht aus den Augen zu verlieren. Amen.